Herzlich Willkommen bei der ersten Runde von dem Wildecker Piep-Buden gegen Dr. Jesus Schnappt euch ne Polana Spezi, schnappt euch ne Tüte Popcorn und enjoyt den Scheiß Ey, gib mir mal nen Grund, warum hast du hier mitgemacht Dann fangen wir mal an, denn in zwei Stunden ist Mitternacht Wir reisen back in the time, ich bin ziemlich krank Dr. Jesus, deine Doktorarbeit liegt im Schrank Ich hab schon viel gehört, ich hab schon viel gesehen Der hat nen netten Schnauzer, doch wir müssen tiefer gehen Der macht keinen guten Rap, aber dreht kein tolle Filme Ich schlag dich mit der Bibel und nenn es Gottes Wille Komm, steig ruhig ein, denn wir reisen in der Zeit zurück Jeder hat nen Nagel und wir hoffen, dass die Leistung glückt Ich will nicht stressen, aber Dicker, warte mal Ich petze bei den Römern und verpass das Arzt mal Dass du hier gewinnst, kann ja keiner mehr ermöglichen Denn du bist entstanden bei ne Orgie mit Königin Moment hat gewarnt, ab jetzt geht es in die Gegenwart Jeder hat sein Kreuz zu tragen, ist nicht nur ne Redensatz Jesus, dreh die Zeit zurück, er ändert nichts daran, dass du scheiße bist Was ist los mit dir, du feige Sau? Durch deine Mucke werden lahme leider taug Jesus, dreh die Zeit zurück, er ändert nichts daran, dass du scheiße bist Es gibt fast 2000 Jahre eine Jerusalem-Stadt-Grenze und zementier deine Grabstätte zu Ey, und Docs, die lagen falsch, als ob sie diesen Spaß meint Außer, dass beide Hänger sind, haben diese beiden nichts gemein Ey, Kundenverarscher, heute wögen sie sich aus Wegen dir treten heute alle aus der Kirche aus Und den Doktortitel hat er sich safe runtergeladen Was ist ein Fachgebiet? Etwa keine Eigenschaften haben? Ich mein, die Videos sind okay Und er trifft ja schon den Tag Doch bei seinen Texten hat er safe auf Gutenberg gemacht Ich bin wie Marty McFly und du nur das Hoverboard Weil ich mit meiner Leistung über dir steh Das ist wie deine Wacke-Quali und unser Schlagersong Weil wir mit unserer Leistung über dir stehen Dieser wilde Kapik, Bubebums, nicht so hardcore Die Stöße sind der Antrieb für den Flux-Kompensator Ja, alle vielen Dank an dich, du Schmutz Denn wir ficken dich und reisen dann durch deine Hilfe back in die Zukunft Jesus, dreh die Zeit zurück, er ändert nichts daran, dass du scheiße bist Was ist los mit dir, du feige Sau? Durch deine Mucke werden Lahme leider taub Jesus, dreh die Zeit zurück, er ändert nichts daran, dass du scheiße bist Ich geh vor 2000 Jahren in die Jerusalem-Stadtgrenze und Zementier deine Grabstätte zu